Amoregen Quest und die Dungeon fertig. Das ist einer von den Baba. Die Druide. Das heißt Abmarsch und das nächste Dungeon. Das ist ein guter Abmarsch. Mission 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 Ich habe für meinen Glauben getötet, gebrannt, schatzt und gefoltert. Als ich an diesem verlassenen Ort starb, wurde mir keine Gnade des Lichts drin. Ihr Weg zur Erlösung führte mich nur in die Finsternis. Jetzt ist Blut mein Lebenszweck. Ich werde mich vom Leben dieser Welt lehren. Für immer. Ja, jetzt nicht mehr. Ach! Ich bin noch nicht mehr dabei. Also diese Fähigkeit. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass bei 46... Ich bin noch nicht bereit. 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 Oh, mein Gott. Das war's für heute. So, dann haben wir da, fertig. So, was haben wir denn da? Ja, zwei zusätzliche Wellen, wobei jeder weniger schaden hat. Nee, ist okay. Ah! Ich meine, ja, wir müssen dringend nochmal verkaufen. Schon wieder. So, jetzt haben wir den Weg. So, jetzt haben wir den Weg. So, jetzt haben wir den Weg. So, jetzt sind wir den Weg. So. Ah. Aber ich denke mal, wir gehen... Oh, die Siche ist besser. Okay. Aber wir gehen jetzt mal ganz kurz nochmal... Wir müssen verkaufen, weil wir müssen verkaufen. So. Guter Tausch. So, jetzt haben wir 5 Millionen. So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist eine gute Idee. Und jetzt, weiter? So, jetzt sieht das ja komisch aus. So, das heißt, wir haben jetzt 19 Dungeons. Eine haben wir hier noch, so, dann haben wir 20, dann fehlen noch 3 Dungeons. Dann haben wir noch 6, so, dann haben wir hier. Ja. 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 Dann gehen wir auch hier gleich rein. Dann gehen wir auch hier 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 rein. So, dann werde ich mich mal um diesen Dungeon hier kümmern. Dann gehen wir auch hier rein. So, dann machen wir mal den Dungeon. Dann haben wir eigentlich sozusagen da unten nochmal was. Dann gehen wir auch hier rein. 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 Dann gehen wir auch hier rein.